Reden wir über die Digitalisierung Afrikas. Bereits 2007 brachte Vodafone zusammen mit Safaricom, der größten Mobilfunkfirma Kenias, M-Pesa heraus. Das M steht für Mobil, Pesa bedeutet auf Kishwahili Bargeld. Die App wird inzwischen von 60 Millionen Menschen genutzt, wobei die Hälfte der Nutzer auf Kenia entfällt. Man kann also getrost von einem Monopol des Bezahldienstes in dem ostafrikanischen Land sprechen. Die anderen Nutzerinnen fallen auf Tansania, die Demokratische Republik Kongo, Mosambik, Ghana sowie Ägypten. Die flächendeckende Verbreitung des digitalen Bezahlungsdienstes verdankt sich dabei dem nicht nur in Kenia, sondern in weiten Teilen Afrikas ziemlich durchgesetzten Widerspruch, in welcher die dortige Bevölkerung gesetzt ist. Einerseits haben diese, wie es sich für moderne Bürger auf der ganzen Welt längst gehört, eine ziemlich grundsätzliche Verpflichtung aufs Geld. Miete, Schulgebühr, Stromrechnung, Einkauf. Alles will bezahlt sein. Andererseits ist die moderne Lösung technischer Seite für einen komplett monetarisierten Stoffwechsel der Gesellschaft nie wirklich etabliert worden. Die kenianische Zentralbank meldet für 2023, dass immer noch die Hälfte der Bevölkerung kein eigenes Bankkonto besitzt. So löst das private Kapital mit seiner App ein, was der kenianische Staat von seinen Bürgern ohnehin verlangt, um an seiner Ökonomie zu partizipieren. Und erster Widerspruch auf die Hauptfamilie zu sehen. Und erster Widerspruch auf dem Bauern schließe. Und hier in der Nähe von den Bernd des Plänen. Und hier in der Nähe von der Bernd des Liedsflugames und Arbeitsplätze. Und erster Widerspruch auf die Hauptfamilie zu verursachen. Und hier in der Nähe von der Welt ist mein Best kommt, um ein paar Schilder und ein paar Schilder.